Roulette-Reise nach Atlantic City USA Selkkenzi Selkkenzi Film & Autor bei Die Selkkenzi Werte Gumbler Das größte Casino von Atlantic City hat mir 25 Flugtickets zur Verfügung gestellt, die von mir verteilt werden können. Die Gratis-Reise beinhaltet nicht nur den Freiflug, sondern auch kostenloses Wohnen und Essen im Casino-Ressort. Ob es auch ein Anfangs-Kratis-Spülkapital in Form von Jetums gibt, muss dann vor Ort geklärt werden. Zurzeit sind es schlechte Zeiten an der US-Ostküste, tiefster Winter und so weiter und man sucht neue Gäste besonders aus Deutschland. Es spielt eigentlich keine Rolle, wann geflogen wird, aber ich denke, wir sollten es in einer Gruppe am Weekend machen und etwa drei Tage dort bleiben. Klos dreht ja nichts. Ich kann vor Ort dann auch noch das Problem mit den Gratis-E-Tons besser klären. Natürlich müssten sie auch eigenes Spielgeld mitbringen. Ich stelle auch ein attraktives System, die transversale Geheimtechnik zur Verfügung. Möchte nur darauf hinweisen, dass der inzwischen zum Großkotz herangewachsene Gumbler Westerburg damals mit diesem System in Makao 3,2 Millionen gewonnen hat. Ich war ja selbst vor Ort und hatte die Aktion eingefädelt, selbst aber nur wenig Beträge gewonnen, und Westerburg ging mit 3,2 Millionen Dollar nach Hause. Ich habe im Sommer selbst in Atlantic City einen Film gedreht, den Sie sich SeeLinkoin im Internet ansehen können, damit Sie wissen, dass dort eigentlich die Post abgeht. Wer also Interesse an einer kostenlosen Reise in die USA nach Atlantic City hat, möge sich melden unter Telefon 03222-2445263 oder per Fax 03222-2445263. Sie wollten allerdings schon Roulette-Gumpler sein. Andere reine Touristen mögen bitte auf eigene Kosten reisen. Seltsam kennt sie. Seltsam kennt sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020